Oha, was hat denn der da hingebaut? Der ist weiter wie ich, ne? Was ist das für eine Wand? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm. Was ist das für eine Wand? Die ist neu, ne? Ja, aber die schaut doof aus. Weil da kann man das Zeug nicht sehen. Da kann man ja die Höhle nicht sehen. Der ist auf jeden Fall weiter wie ich. Naja, gut. Ähm, ja. So, jetzt schauen wir mal. Was können wir denn hier sauber machen? Äh, wieso kann ich hier nicht suchen? So, wir gehen ihn mal nach. Äh, wir gehen auf der rechten Seite. Die erste Tür. Lass mal. Dann gehen wir hier über die... Ah, wo hat der die? Äh, das ist aber neu. Hier. Okay. Das ist aber jetzt neu hier. Das kenne ich gar nicht. Äh, wieso geht das nicht? Na, das geht nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt geht's. Oha, was hat denn der da hinten alles noch gebaut? Oha. Das ist aber eine mächtige Mauer. Hahaha. Hahaha. The Dark Sniper. Herzlich willkommen. Bist du ein dunkler Sniper? Das ist aber... Ich muss noch zwei Zimmer machen. Ja, entspann dich. Alles gut. Alles gut. So. So, wir machen mal schön sauber. Oha, ein Sniper. Warum bist du kein heller Sniper? Muss man das auf der anderen Seite auch sauber machen? Ja, natürlich, ne? Oder hat er das schon gemacht? Hat er das schon gemacht? Ich weiß es nicht. Sehr dark. Okay, Todd, können wir auch sauber machen. Warum kann ich das irgendwie... Aha. Okay. Oh, wow. Geht es gut. Oh, wow. Geht es gut. Hier schön sauber machen. Hier gut gemacht. Ah, haha. Es ist gar nicht so einfach. Ah. Das hat er ein bisschen schief gemacht. So, jetzt müssen wir hier nochmal rüber. Andere Seite. Okay. Das machen wir nachher. So, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen hier bei Johnny & Friends Gaming. Mein Name ist Nils. Und wir spielen ein bisschen hier Power Wash Simulator. Power Wash Simulator. Yes, sir. Okay, okay. That's nice. That is nice. Warte mal. Ich muss mal hier ein bisschen gucken. Sieht voll geil aus. Ah, schön sauber machen. Jawohl. 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 Oha. Das ist mal eine Mauer. Also, na. Das ist mal eine Mauer. Ich bin reich. Ja. Das ist echt. Da muss man hier innen drin sauber machen. So, circa Wasser mehr. So, circa Wasser mehr. Aber hier vorne. Gibt es hier irgendwas nochmal? Nee. Ich möchte mal wissen, wie lange der dafür gespielt hat. Also, ich habe ja schon viel gespielt, aber das muss ja, das muss ja locker, er hat ja locker, weil ich habe ja schon viel gespielt. Gut, ich habe das meiste natürlich aufgenommen. Und da dauert es dann natürlich ein bisschen länger, weil man muss das ja schneiden und so hin und her, was schon, na. Also, wir können auch einfach rumlaufen. So. Ah, das wäre viel, viel, äh, kürzer gewesen. Ah. Aber das hier konnte ich vorhin nicht sauber machen. Warte mal, geht das jetzt? Nein. Aus irgendeinem Grund kann ich die Mauer nicht sauber machen. Ach, das geht. Aha. Ich bin sauber machen. Von oben nach unten, von unten nach oben. Back. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt geht's. Ja, das dauert manchmal ein bisschen, bis das Programm das nachlädt. Wir spielen auch zu zweit. Wenn da zwei sozusagen in einem Dorf drin sind, dann dauert es manchmal einfach ein bisschen, bis der PC das überhaupt merkt. Das ist ganz interessant. Ah, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das technisch schon ganz schön aufregend ist. Hier in der Mitte noch ein bisschen, so, dazwischen. Da kriege ich jetzt eine Zauber. Aha, da muss ich eine Zauber machen. Okay, cool. Das nenne ich ja mal eine Mauer. Okay, cool, 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 cool. Sehr schön. Ladies and Gentlemen. Sehr nice. Da noch ein bisschen. Ja, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man das... Das ist ein bisschen... Hier oben, na? Ja, 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 ja. Hier, oh mein Gott, seht ihr das hier unten? Das muss alles sauber gemacht sein. Geil. Jawohl. Man kann halt immer nicht nach oben gehen, na, ja. So. Jawohl, Ladies and Gentlemen, cool. So, hier noch ein bisschen. Oh, das ist so viel Arbeit. So, sauber machen, hier machen, hier machen. Das geht nicht. Das ist immer ganzer Wassertank leer. Ich muss noch zwei Zimmer machen. Nils, Nils, ja, was will er denn? Ja. Hä, wieso schreibt der das nicht mehr rein? Ah, jetzt? Ich glaube, wir müssen noch mal raus und noch mal rein. Da ist ein bisschen ein Leck drin, hier. Okay. Schön sauber machen, schön sauber machen, schön sauber machen, schön sauber machen. Jawohl, 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 so ist gut. Von oben nach unten, von unten nach oben, von oben nach unten, von unten nach oben. Ich frage mal, ist alles okay? Ich muss jetzt mal gucken, was da kaputt ist. Was ist denn kaputt? Wo ist, wo, wo ist etwas kaputt? In meinem Auto? Okay, was? Im Spiel, okay. Ja, guck mal. Ja, schau mal nach. So, jetzt gucken wir mal hier mal. Das ist eigentlich sauber hier. Ja, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das nenne ich mal eine Mauer. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir spielen hier zusammen mit Miele und Todd ist auch drin. und wir schauen hier, dass wir mal die Mauer hier schön sauber machen, schön sauber machen, so. So. Ach, das ist nur ein so ein, was immer das hier ist, ein Giebel. Aha. Ah, das sind aber viele. Aha, 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 aha. Ah, das ist schon, jetzt muss ich wieder nachtanken. Okay. Okay. Ah. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Wasser holen. Wir holen ein bisschen Wasser. Ich muss mal gucken hier, einen Moment mal. mal ein bisschen Wasser holen. Test, test, test. Ist der Ton in Ordnung? Ja, der Ton geht so. Oh ja. Der Ton geht so, der Ton geht so. Hahaha, ich habe hier Doppelton drauf. Einmal hier auf Twitch. Ah ja. Ich komme auch Roblox. Okay, ja. Gut, gut, gut. Ach, 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 also wie gesagt, heute wollte Miele, ähm, spiele ich jetzt erstmal mit Miele hier zusammen und dann wollte, ähm, Maximalking wollte dann irgendwas spielen in Roblox. Und, äh, gegen 17 Uhr machen wir wahrscheinlich heute Schluss. Und dann morgen ungefähr, ja, wie viel ist denn jetzt? Ja, vielleicht auch so 14 Uhr. Da können wir dann, äh, 14 Uhr können wir dann das spielen, was Tott spielen will. Und dann Dienstag werde ich nicht streamen. Am Mittwoch, Donnerstag kann ja mal Fuchs was spielen. Der hat ja auch mehrere Spiele gehabt. Oha, okay. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, wunderbar, perfekt. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken.